Hey Internet und YouTube Witcher 3 DLC, Blood & Wine, ab 19.30 Uhr auf Twitch, tägliche Streams. Heute geht's los. Lasst uns Liebe machen mit allen Frauen und die Monster töten, wie wir jeden Tag. Nichts Ungewöhnliches bei uns. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Links sind in der Beschreibung. I love you long time. Tschüss. I love you long time.